So, das ist jetzt wieder ein weiteres Atemstimmungsvideo. Unser Heute ist der 24. Dezember 2014. Es ist jetzt so gegen 17 Uhr. Und da ist der zunehmende Sichel. Ja, mein zunehmender Sichel, die Venus, habe ich noch nicht gesichtet. Hier ist auch relativ schön, der Abendhemmel. Aber die Venus sehe ich leider noch nicht. Die müssen sich aber in der Richtung befinden. So in der Richtung. Da ist aber auch nichts. Aber das sind Wolken hier. Da stehen Häuser, da sind Wolken. Aber die Venus ist nicht in Sicht. Da sind da hinten auch noch richtig schöne Wolken. Und da heute der 24. Dezember ist, wünsche ich euch allen eine frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Da ist ja.